so hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Runde zu Weibigames wir sind in der zweiten in den zweiten Part eigentlich ja im zweiten Part jetzt geht es los heute dabei sind mal der D-Lehrer und Kürbiskuchen ja ich werde ich nicht mehr ich bin dort das ist er ist sofort hier ist mit Katze Alter kommen hier auch abbauen kann hier runterfallen und zu sterben nie gestoppt sind es denn weil sie sich gleich angreifen ja es muss gleich wegrennen ich habe gedacht es wäre hier auch so mit der Friedenszeit am liebsten nicht aber wenn beide raus ich nicht ich bin noch drinnen okay ich bin auch noch drin und zum Sporn oder jeder kommt zum Sposten ich bin grad äh runtergesprungen ins Eis sozusagen aus aus schon grad hoch geht mal keinem Schülern es gibt es ist für mich er ist becktes und ich es wird ihnen gestört wird Brunner Egeberg hat sich um ich habe einen Steinachs wurde bis zu gar nicht ich bin ich schlau bestellen sich nicht das ist nicht flüssig wir haben probier ich jetzt nur ich ich stehe wahrscheinlich wegen Wasser und so Prozent 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 ich stehe wegen Wasser und so es legt wieder er bei mir legt auch wo er hat er mit dem Großpanzer verloren jetzt geht es weiter so und das muss man nicht sein Timo bist du am Sporn nein ich bin gerade im Eis und schwimmen hoch ich bin auch gerade weiß ich bin aber nicht beieinander doch das ist es bisschen getrennt aber es sind einfach 5.000 Kisten um die ich kann keine ich kann keine Thronen öffnen hier steht es überall in der Wand oben steht da liegt was Trätschüfte Riepen in 8 Steinschwert ich kann ja Schwerdgeber aus Holzschwert äh ja Steinachs ist genauso gut wie Stolzschwert also ich hab Steinschwert aber mit einem Holzschwert kann ich blocken weil ich mit der Axt nicht kann naja ich komme gleich zum Spawn da ist eine Kiste hey oh die einfach nicht öffnen kann du kannst sie nur mit der Hand öffnen aber nicht mit der Waffe doch mit der Axt schon also nur mit dem Schwert nicht oder mit Bogen glaube ich ich komme gerade zum Spawn oder ich kletter gerade jetzt hoch ich haße die Map ich hab die schon einmal gespielt da oben ist eins ne Kiste auf jeden Fall zwei Kisten links war noch ne Kiste ich weiß hier einer Goldschwert hab ich jetzt und ich leere links von dir ist noch ne Kiste das hat mehr Eingriffsschaden falsche Richtung hab beides gleich viel ein Gold richtig oder falsch ah da ist einer hast du ein Eisen ja eigentlich falsch daneben ist noch einer ne ich hab Lederschuhe und ne Lederbrustplatte falls du die brauchst ich raum hier grad die ganzen Kisten ab aber egal ich bin auch noch am Spawn ich bin grad wieder zurückgekommen Goldschwert was ist besser Goldschwert oder Steinschwert Stein Steinschwert also ist ja glaube ich gleich gut fast so hier ist nochmal ein Knochen wer hat angerufen von einem Daniel wer ist ein Daniel ich habe auch ein Daniel in meinen Kontakten wieso habt ihr einen Daniel in euren Kontakten ich hab keinen Daniel in meinen Kontakten wieso hab ich jetzt in meinem Hintergrund und so ein blub blub ich weiß auch über Skype das nervt wie ich hab den Daniel in da in der Kontakten keine Ahnung boah ist gleich wieder oh Weizen oh mein Gott Luxus gibt's ja auch Kompas und so n Kram nein das ist nicht Endergames ich bin noch gewohnt Endergames zu zucken ja ich bin gewohnt irgendwas anderes zu spielen was nicht PvP gelangt ist aber ich bin nur eins versus eins gewöhnt ich bin nur eins versus eins gewöhnt können wir auch noch gleich noch machen irgendwie oder nee kann auch oh vielleicht schon wieder okay ich hab mir auch wo seid ihr jetzt also ach ja ich hab Kettenbrust ich hab mich grad dezent ich guck jetzt mal die ganzen Küsten am Spawn an ich bin beim Spawn ich auch nein ja gut er kommt zu dir hier Proffe hinter dir hier waren noch Pfeile drin Pfeile und Fisch oh mein Gott jetzt hab ich nen Bogen und äh wo bist du halt mein Feuerzeug ist was auch gebrauchen brauchst du Schuhe? ich hab Schuhe für dich ja gib her äh das weiter geh ich hier sind Schuhe Bettchen ich kann dir nichts weitergeben außer das was ich jetzt schon hab ich hab vier Pfeile ich kann es da haben ja ich hab Bogen oh bist ja du bist aber schlecht im Bogen aber egal bitte ich hab noch nie mit Bogen gekämpft und so schlechter äh ich hab gegen kopf ich meine damit nicht ey du treust die Lichter hier ich meine damit noch nicht ich hab noch nie mit Bogen gekämpft sondern nie gegen euch gekämpft deswegen finde ich komisch dass ihr mich jetzt einschätzt gegen mich na ja stimmt hast du noch nicht gekämpft da ist Anna das bist du was geht mit Skype das treut dich das treut mich grad richtig ja was geht ja warum warum ruft die Servergruppe dauernd an welche Servergruppe äh welchen Server sind wir in der Gruppe bei Skype ich bin in keiner Gruppe so ja äh Megabelt ich bin in der Playblendet Gruppe also du hast bohle ich beschütze ich mal kurz die erste Kekse hast du noch was wir essen? ich hab nur freu dir Kekse Junge oh ich rufe mich ich kann irgendwie Server besprechen oder so wahrscheinlich warum lädt sich da nicht an bohle ich hab mich beschäftigt ihr habt übrigens deine Kiste übersehen das ist uns jetzt grad egal okay das ist eine Kiste uh weizen und Karotten und ein Schlüssel ne nicht Schlüssel das ist noch eine Kiste also ein Bogen, Leder und Hühnchen da ist noch eine Kiste also alle vom Serverteam äh da unten ist jemand Profi der geht gerade in die Höhle rein der hat ein äh Steinschwert und keine gute Ausrüstung okay komm Profi ja ich hab mir heute wieder keine gute Ausrüstung Timo bist du hin ich komme zum Schluss der Rest ausrüstung nicht andere Richtung da wo Profi hinguckt ist ja also daran er war ich dringend ja ich auch aber sagst du sagst du ich wollte auch gerade okay erst gestorben wo so als der Pixel kraft ja aber irgendwie klar es hat eine kurze Runde wir müssen sowieso jetzt wahrscheinlich zu einer Serverbesprechung aber egal ja vielleicht auch wieder noch was dazu kommt ein Schmau oder so kann sein dass jetzt gleich wenn jetzt Video noch kurz ist oder so kurz äh nicht am Ende ist dann kommt noch mal eine Runde wenn nicht genau hat der andere noch irgendwas zu sagen nö 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 ach so ja das finde ich auch ganz cool nö nö